Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar EAFC24 ist am Start und ich habe was Nices heute vorbereitet. Vorab, jeden Tag kommt ein neues YouTube-Shorts hier auf dem Kanal. Checkt das ab, lasst ein Abo auf YouTube da und ein Follower auf Twitch und dann gehen wir rein. So, bis das Spiel kommt noch ein bisschen Trading herein. Jetzt sind wir hier gezogen. Nix. Mega-Pack. Hat alles untraden. Nix verkauft. Ich muss das Deutsche gehen, am besten. Drei einmal willkommen. Komm schon. Alle weg. So, was kriegt man noch? 300 Coins. 300 Coins. Immer noch bei Englander mit. Alle weg. So, sollen die einfach... Ja, sollen die Drop bieten. 350 Coins. 400 Coins. 400 Coins. 400 Coins geht. Noch zwei Stunden. Ganzes Spiel draußen. Ich muss noch 20 reinstellen. Dann kriege ich wieder Coins. Mal schauen kurz. Mal schauen kurz. 17,17 anbieten. Und 23 kaufen. Also vorhin ging es erst besser weg. Ich glaube da hatten ein paar Leute Coins. Aber ich konnte auch für 30 Minuten nichts bieten. Kurze Sperre gehabt. Zu schnell Spieler gekauft. Es haben wahrscheinlich mehrere bekommen. Frankreich. Frankreich gibt's nix. Frankreich gibt's gar nix. Was ist das denn? Was ist das denn? Alter sind die teuer. Anzosen. Er snipe mal was. Anzosen sind teuer. einer habe ich bekommen der franzose muss eigentlich weg gehen er muss eigentlich weg gehen jetzt gibt es ein paar, jetzt habe ich keinen Coins gerade auf zwei Stunden boah hätte ich diese eine Sperre nicht für eine halbe Stunde bekommen locker 100.000 Coins gemacht ich glaube die haben aber mehrere bekommen alle haben zu schnell Spieler gekauft das ist das Problem jetzt gibt es so viele franzosen ja gut jetzt muss man warten bis sie weg gehen und dann haben wir auch knapp 20.000 Coins das ist nicht so viel aber naja wird es dauert halt jetzt noch Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020